Die Situation ist offenbar weit komplexer als sich zunächst annahm. Die Leviathan wurde zum verlängerten Arm der Mondpyramide und kanalisiert Scham- und Reuegefühle in die Realität. Die Pyramide etablierte dieses Sicherheitssystem, um jene zu vertreiben, die sie manipulieren wollen. Aber was auf der Leviathan geschieht, ist gezielt. Böswillig. Die Ausbreitung der Albträume auf der Leviathan könnte nicht nur die Erde bedrohen. Kalos Bund mit der Pyramide bringt uns alle in Gefahr. Krehe traf die Konfrontation mit seinen Dämonen unvorbereitet, als wir die Trennung versuchten. Vielleicht kann ich ihm nächstes Mal helfen. Aber es wird Zeit brauchen. Du solltest zur Leviathan zurückkehren. Ernte weiterhin Albträume und störe Kalos Pläne. Wir sprechen uns bald wieder. In der Vorhut herrscht der Irrglaube vor, dass Albträume wandelnden Seen ähneln, dass sie sind, was sie zu sein scheinen. Das stimmt nicht. Aus Dunkelheit geschmiedet entspringen sie den eigenen unterbewussten Ängsten, Wünschen und Bürden. Sie haben nur so viel Macht, wie man ihnen gewährt. Wir projizieren unsere Reue auf diese Albträume und lassen sie real werden. Aber sie sind nicht von böser Natur. Nicht mehr als die Dunkelheit selbst. Die Albträume sind eine Waffe. Und Waffen kann man ebenso gegen ihre Schöpfer richten. Ich denke, ich weiß jetzt auch wie. Wir sind das Trennungsritual falsch angegangen. Es war ein Fehler, den Albtraum von Aldrin Zorb vertreiben zu wollen. Ablehnung ist nicht der richtige Weg. Kehre zur Leviathan-Zurückhüter. Ernte die Albtraum-Essenz, die wir brauchen, um das Ritual zu wiederholen. Vielleicht erweist sich Akzeptanz als erfolgreicher, als Zurückweisung. Ernte die Albtraum-Essenz, die wir brauchen. 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 Was ist das? Was ist das? Manchmal, wenn ich meinen Finger beuge, kann ich den Druck des Abzugs spüren, das Schießpulver riechen, Cades Schreie hören. Ich hätte es kurz und schmerzlos machen können. Aber... Ach, du weißt es ja. Nicht wahr? Wie er da lag, die Hand nach seinem Geist ausstreckte und flehte, als würden diese kleinen Splitter ihm helfen. Verschwinde, du oberflächliche Karikatur. Deine Lügen haben hier keine Macht. Ein Albtraum, der von der Leviathan angezogen wird, sucht den Tod gesichtsloser Feinde als Katharsis für sein eigenes Leid. Er bittet dich, diese Gewalt zu überbringen. Er... ... ... ... ... Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich spüre einen Strom des Grauens. Ein mächtiger Albtraum hat sich in deiner Nähe erhoben. Untertitelung. BR 2018 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 Ich spüre den Schmerz dieses Hüters ganz deutlich. Der Geschmack von Zorn in meinem Mund. Der blinde Hunger nach Rache. Er will Blut. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's. Das war's.